irgendwas ist mit dem sound was ist da los was machst du was kaufst du was mache ich total ja du kaufst ins mikro rein und zwendig wollte sie ziel am zocken ach die spielen zusammen die schießen oder habe jetzt keinen bock die zu holen dass sie hin dass den karten bekommen scheinbar hat die extra grafikkarte geholt wo schießt du hin ach so sehen der auto das ist ja wohl volle breitseite ich habe die teppen schließen lassen ich habe ihnen tatsächlich erlaubt so zu schießen wie sie wollen so jungs hallo zu hoch das gibt es doch nicht und mein aim weiß ich nicht aber du weißt man kann nicht verlieren was man nie hatte das ist korrekt deshalb schieße ich jetzt auch genau an du wolltest gerade etwas sagen nein nein und schließe auf das ziel auf das gibt es nicht sehr gut er hat ein reloading das gibt es aber Ben Barrett Wie ein Pornodarsteller Ben Barrett Nein, 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 nein Das ist der Action-Darsteller Und das heißt Ben Barrett Hallo Ja, ich bin eingepennt dauernd Ja Eingepennt Ja Es ist So interessant der Film So einen Film hast du dann geguckt? Schlafmütze Nicht Ganz anders Ja, er knuspert mir volle Granate hier ins Mikro Das ist ja schlimm Hallo Cassius Hallo Military Gamers Sehr wohl Oh, ich bin gleich da Gehen wir nochmal schnell Weck den Oh Menno, der Arf segelt mir davon Tja, wie gesagt Das ist das Problem einer jeden Snow Oh, er hat beigedreht Treffer, sehr gut Das war ein Volltreffer Nimm dies Und holt Sag mal, hast du Caronades, dass du so nah ran musst? Nö Haha, der dritte Abkaller Ei, ei, ei Scheiß Kupferpanzerung oder was das sein soll da Nein, 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 guck dir mal die Form seines Rumpfes an Der ist gewinkelt und zwar ganz massiv Ja Ich sehe Und da haben die das im Zweiten Weltkrieg nicht auf die Reihe gebracht, den Panzern auch abgeschreckte Panzerung zu verpassen Jetzt haben sie 1700 Bandspielen, haben sie das auf die Reihe gekriegt Na gut, beim Schiffsbau waren wahrscheinlich ein paar richtige Eierköpfe an der Arbeit Weil das hier, das kann ja nicht jeder Haus- und Hofhandwerker Ah, ich glaube wir haben Besuch Hallo Besuch es ist? Besuch es ist, übrigens eure Friendlist sind glaube ich kaputt Der Scheißrechner bringt immer noch Keyframes mit der R7 360 Ich habe dir gesagt, dass die PC-Games, das sind die R7, die ich jetzt eigentlich Ich habe gerade gemerkt, dass die CPU noch auf 1,8 lief Dann habe ich sie wieder auf 2,8 hochgerissen Dann sah es ein bisschen besser aus Aber irgendwie, theoretisch müsste diese R7 360 in etwa das liefern, was meine Silber 850 auch bringt Zumindest mal über 30 Frames in dem Scheißspiel würde ich mal annehmen Tut es aber nicht Ich habe dir gesagt, dass die PC-Games das Game zum Benschen benutzt Mag ja sein, ich habe trotzdem schon alles komplett runtergedreht Dem Scheißen-Dreck müsste gehen Und ich weiß, dass das Game Ihr seid ja gar nicht in den Able-Action Doch, du siehst uns noch nicht, weil deine Friendlist leer ist Sag mal Markus, rede ich chinesisch Ich habe mit Rudi und mit dir geredet Ach Wer ist eigentlich Plagg? Genau Muss man den Bait? Muss man den Bait? Komm nach, wo sind wir? Marigott Komm nach Marigott So, da kriegst du den Bait Ich muss mir mehr Liquids holen Gleich wieder da Er braucht mehr Flüssigkeit Dieses blöde Ding endlich mal unter So langsam liegt mir das echt auf den Senkel hier Ja genau, schieß in die Bälle Ja genau, kannst du auch mal mithelfen Oder muss ich alles alleine machen? I'm just here for the view Ja das merke ich Sowas von Nicht zu fassen Lässt mich hier alles alleine machen Na endlich kommt da mal Schaden von dir rein Drüber 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 Scheißwelle Wieso hat das Ding plötzlich einen Scheißping? Die sind am Server migrieren Die migrieren da irgendwas Heute gab es wohl Sag mal, hörst du auf hier rum zu fluchen Heute Abend gab es wohl einen Servertest Hallo Fred Das sind meine Player Hat den irgendwer erlaubt, einen Servertest zu machen? Wenn ich zocken will? Du zockst nicht, du testest Das ist immer noch eine Alpha Du bist arg leise, Rudi Ja, Rudi ist super leise Meine Mutter Was? Rudi und seine Frau sind zu leise Ich habe immer gesagt, mach ich gerade Rudi und seine Frau, ja Bist du schon in Mavigod? Öhm So, Repair Kit 17 von 13 Wah Ja, das auch 4.300 Chips All Ach mal, der hat doch nix mehr Wie hält der den Kübel über Wasser? Mit Gebeten Schott Das hilft nicht Das hat's drin auch schon probiert Nein Was ist das? Dieses Ding ist krass gebaut Das ist unglaublich Als guter Softwareentwickler benutze ich Fluchen und keine Gebete Und Drohungen Die Grundsteine einer guten Erziehung Sind auf die Arbeit anwendbar Was? Kratzen, Beißen Schlagen Nein, ich hörte Ich hörte Elternschaft Ist die Gratwanderung zwischen Bestechen Erpressen Das Bestechen Erpressen Und Betteln So wurde mir gesagt Hast du ihn endlich getroffen Ja Dieses Ding ist unglaublich Da ist wirklich nichts mehr dran Und er kann immer noch schießen Hast du auf mir Das Ding ist halb unter Unglaublich Ich glaub, die haben's als U-Boot geplant, glaub ich Die Renommee Du musst jetzt Du musst auf acht oder neun Meter ranfahren Damit du überhaupt noch triffst Ach, geschafft, so Ah Die verschwindet in jeder Welle Unglaublich Nicht zu fassen So Hab ich das Das Ding Und dann Ich hab die Ich hab die Ich hab die